Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Subsistence mit den Kabinen und ja, wir sind hier auf dem Weg, äh, ja, zum Hasen, äh, nicht zum Hasen, bin ich bescheuert, ist gerade eine Hase vorbegelaufen, nee, äh, Reh suchen und, oder Nasen, ähnlich, wie auch immer, Loot und, äh, Baumwolle und, was wir eben halt kriegen, ne, was uns die Natur schenken tut, ne, ist ja kein Wunschkonzert, ich hoffe, dass die da hinten, nicht einfach ein Stück nach hinten gespawnt sind, das wäre nämlich kacke, aber ich habe Lebenspakete mit bei, die Frage ist, ob ich, äh, im Eifer, das Gefecht so schnell nehmen kann, die Wumme ist nämlich nicht die schnellste und, wie gesagt, ich, äh, ich gehe davon aus, sobald das mit dem Strom stehen tut, kann ich mich, wie gesagt, mir einschmelzen und alles loben lassen nebenbei, ohne Probleme wird es denn unsere maschinelle Revolution so, ungefähr wird es ablochen so, ich hoffe, dass ich den Nasen echt in der Richtung schicke, dass wir den auch einsammeln können also, wenn der uns im Weg rennen tut nicht, dass er Richtung Bär oder Jäger rennen tut, dann haben wir nämlich auch ein Problem Kiste, 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 Kiste Kenste, 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 Kenste und willst du da, was das Schöne ist? na gut, ich kann es mir auch gar nicht leisten ich kann vielleicht den Dietrich mit bei gehen nochmal schnell zurück, ich will mal gucken, was so ein Dietrich kostet, ob wir uns den leisten können weil, äh, wir sind letztes Mal in zwei Folgen oder so an vier Kisten vorbeilaufen so, und jetzt, wenn wir einen Dietrich haben, nicht einen 1 äh, einen 1 ja, pass auf genauso wird er doofen aber dann kriegen wir wenigstens vielleicht ein paar Waffenparts ohne zu raiden raiden aber ehrlich gesagt hier mal auf äh, andere thema zu kommen apropos Raiden da kommt ja wie gesagt neuer Mortal Kombat Film oh, Kombat und der soll der härteste, brutalste Film sein ever haben sie sich auf die Fahne gestrichen soll, äh und extrem an der Brechgrenze sein gut schreiben sie alle aber also einen richtigen schönen Worte Kombat Film und das, was ich gesehen hab hast du schon Lust auf mehr verdammt mir fehlt das Eisen ich krieg jetzt ach, shit das dauert mir nee, das kann ich nicht machen das dauert zu lange das dauert zu lange wenn ich den hier obwohl ich könnte jetzt das Eisen eins hindurchlofen lassen das ist machbar 30, also 37 das ist ein bisschen minus ey, wie ihr sagt ich hab ja auch noch den Kühlschrank an komm der wird schon passen wir sind gleich los jetzt sagt er immer so, aber jetzt shit, ich hab gedacht wir haben ja, okay ich hab ja auch letztes Mal ziemlich viel verbraucht aber wenn wir zurückkommen müssten die Dietriche fertig sein also beim nächsten Mal nehmen wir einen Dietrich mit also müssen wir hier noch Metall haben für den Dietrich wenn ich den jetzt angreife dann müsste der doch eigentlich und der rennt genau in den Bärenrenn also er will zu mich so, warte mal ich schieße den mal jetzt trotzdem an nee, der haut ab er ist da oben lang hier ran er rennt immer noch da oben und da ich eine Distanzwaffe hab kann ich die auch benutzen in Distanz im besten Fall im dümmsten Fall denkt es ja es an zu regnen oder er rennt irgendwo rin wo ich denen nicht folgen kann wo ist denn der jetzt der ist jetzt da ich muss den einfach bloß äh im Blickfeld haben ich hab keine Munition ist ein Dreier ich wurde auf ihr hangt klatsch aber der ist doch von weg gerannt gut, so ein Elch der greift auch an ach, das ist doch eine Kacke warum klappt denn sowas nicht ja, ich weiß aber das ist doch kein Raubtier ich bin doch das Raubtier um jedenfalls sollte zu sein und ich kicke auch genauso richtig schön oh, der kommt aber schön an den Rand blöder nasenelch gut, mir ein Dreier ja, halt die Klappe ich muss mein Zeug wieder holen lass mich in Ruhe und der ist jetzt ein Vier ne, das ist ein Dreier aber hättet der jetzt nicht in Level steigen müssen wieder genau dasselbe ich, ich, ich krieg ne Krise so das kann doch nie sein warte mal kurz ich muss mal kurz was nachgucken äh und ich hab nicht eingestellt warte mal ich speicher jetzt ab äh F5 ne F8 so wir machen mal kurz einen Kling äh nicht einen Cut ich geh mal kurz ins Menü drin ich hab nichts verstellt das müsste eigentlich alles normal Standard sein also ich hab ich wieder die Tare eingestellt nur Angriff normal sorry doch ich hab nichts verstellt oder kann es sein dass bloß äh Wölfe und Bärne kann ich mir nie vorstellen ne gut ihr habt das ja gesehen also ich hab da nichts dran rumgemogst oder sonst irgendwas das ist immer noch normal aber der Elch der hat mich gekillt und ist nie gelevelt points alter jetzt hab ich die ganze Munition darin gesammelt und die Jute ist ich hab mir jetzt ausgeloggt und der ist jetzt wieder auch Standard aber das ist mir jetzt eher gewesen ich wollte bloß wissen ob sich da irgendwas verstellt hat wegen neuer Alpha und so ist da warum sollte es sich einfacher machen also es hat sich nicht eingestellt alt normal aber irgendwie leveln die nicht oder er hat sich jetzt nicht hier levelt na toll nächster Tod auf meinem Konto aber dafür finishen gut ich hätte erst mal kicken sollen was der für ein Level ist und dann hätte ich den anballern sollen wie kält zu spät erwähnt so ja der Himmel gut ist aber nicht so schlimm wir haben jetzt da hinten auch eine Überdachung so ist das ja nicht aber wie sagt ich brauche ja eigentlich da durch ja okay kann jetzt an den tod liegen wollte sagen die hälfte von nahrung ist ja auch schon wieder weg nun gut von ich schmaß die noch boh gut in der natur sind die auch ziemlich gefährlich aber die greifen nicht erst an wenn du sie beballerst die greifen die rennen weg ne das sei du kommst denen in eine quere das finden sie nicht so schön aber sonst sollst du denen wie sagt man sollte die nicht in quere kommen wird gesagt gesagt in deutschland ist es schwer ein Elch zu sehen außer im zoo komisch letztes mal war so gewesen da bist der zwei meter gelaufen da war leck mich was denn nun geh weg da bist du wirklich zwei meter gelaufen und dann ist ein re lang gestiefelt jetzt wo du ihn brauchst das geht da und solange draußen dürfen wir uns auch in den Nässe verhalten sonst kriegen wir Probleme aber zum Glück ist bloß eine Pflanze ich wollte gerade sagen da ist ein Feuer aber dann wären wir schon lange beballert worden beballert jetzt siehst du ja auch kein Feuer obwohl bei den Banditen ich glaube da brennt das auch wenn alle gut ich will mit kein Stress ich weiß wie aussieht ich kein Deja Vu Moment ich bin gleich will er zurück so und da bin ich will er und das ist immer noch scheiße ja also Moment ich hab mich jetzt gedreht da ist eine Hose da ist zwei und da ja gut jetzt wie sie will er sind ja mal gehen bin jetzt ein bisschen raus gewesen aber ja wir suchen ja eigentlich immer nur nasen elche aber bis jetzt schüttet es nur bin ja hier noch nicht mal baum voller ist da was drin wäre möglich vielleicht vielleicht auch nicht ist ja kacke auf jeden Fall müssen wir klubig klar Mann halt doch mal die Klappe lass uns in Ruhe oh Alter der ist aber dicht der ist doch nicht ganz dicht wird aber er er löft nur er hat ihn laufen da bitte lass da nichts sein Munition und Kuppa wird der Bär ist weit die noch weg ist alles ja kein Problem Munition ist zwar ja nicht mal so schlecht nehm ich doch dankend an geht die 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 Crouch Taste umstellen können natürlich nicht gemacht aber der ist der nächste was ist denn hier los ich hab doch bloß einen Schuss also Munition ich kann doch nicht alles machen hier das geht doch nicht hier ist nichts nichts nada null niente ja du bist ne Huhn obwohl München warte mal kurz ich könnte vielleicht kannst du mal kurz warten äh hallo sie werden gebraucht mal kurz her ich muss mit dir reden ist wichtig wie gesagt draußen nass kalt ekelhaft könnte ich jetzt da oben hier brauchen hoffe dass da oben jetzt kein wolf ist das wäre der nämlich dumm also für uns gut aber da ist ne plattform da machen sie erstmal nischt können ja nischt außer beißen da ist noch ne kiste richtig dumm wäre wenn jetzt okay man da ist aber ich hab bis jetzt der zeit den ich den spielspieler noch nie hier oben haben da ja wollen wir mal die teufel die anderen mal so mal wenigstens sind überdacht so ich hab doch alles mit bei äh gehn 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 knie und pock mal drauf rum seht da mit nähe und ich nagel zwar also quasi unser Holz feuer zusammen schwierig so so jetzt brauche ich noch mal schnell Holz und dann kriegen wir doch den Regen weg also jetzt machen wir unseren Regentanz äh ne den Gegenteil von Regentanz Ja, ja. Oh, Kette. Sag mal, so nebenbei, mir fällt so gerade auf. Warte ich nicht, letztes Mal muss das so geben, also ist vielleicht einen Tag später. Ich weiß nicht, was das soll. Ich fange an, aufzunehmen und dann muss ich das immer um jeden Tag verschieben. Das war schön. Ja, hatte ich nicht zwei Lebenspakete gehabt? Kann das sein, dass ich letztes Mal, wo ich gestorben bin, eins verloren habe? Könnte das sein? Vielleicht, ich weiß es nicht. So, Rinder mit. Naja, ist ja eigentlich noch ein bisschen Holz hier drin. Hat ja kein Problem. Alles ja kein Problem. Und Zündli brauch ich doch noch. Dann kann ich den den Hühnchen den Hühnchen kann ich schlachten und schon mal rinschmeißen. Oh, gleich wird es besser. Gleich wirst du trocken, Junge. Wird sich auch schwierig an. Ey, das kann doch nicht sein. Also irgendwie habe ich das hierfür, wir sollen nicht hier hinten hin. Weil letztes Mal auch. Also wo wir hier waren, hat es angefangen, wie gesagt, zu regnen. So, jetzt rufen wir hierher Schubiller irgendwie zieht sich hier so ein Fahnen durch. So, Junge, du kannst ein bisschen schneller trocknen. Das wäre immer ganz nett. Das kostet nämlich Energie. Natürlich fangen die jetzt bei mir an zu bohren. Gut, aber ihr dürftet nicht hören. Also, rein theoretisch. Die Kompressoren, die kompressieren. Wahnsinn. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, woher die wissen, wann ich hier irgendwas mache. Weil die die ganze Zeit war es ruhig gewesen. Ich glaube, die hängen an der Wand mit Gläser, so in der Art. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, glaube ich, fängt er an. Wir können jetzt die Bohrer anschmeißen. Los, los, Leute, los. So ungefähr, steckt mir das gerade vor. Naja, normal ist das doch nicht. Übrigens, dadurch, dass wir letztes Mal gestorben sind, glaube ich, haben wir eine zweite Axt gekriegt. Ihr kriegt. Genauso wie die Hose. Boah. Müssen wir ein wenig herstellen. Ist auch nie so schlimm. Wie gesagt, ich wollte euch die Zeilen finishen. Ich wurde hier finished. Ja. Hallihallo. Kannst du mal bitte vorkommen, Sonne? Wie könnt ihr jetzt ein bisschen brauchen? Wir drücken mich ganz schön auf die Stimmung gerade. Und sonst so? Sag mal, wenn Enten so fliehen... Äh, es sind keine Enten. Ich wollte gerade sagen... Wird denn Winter oder... Äh, geht der Winter? Also rein theoretisch müsste er ja gehen. Gehen, nicht gehen. Achso. Na, das ist ja kacke. Das Geile ist ja nun richtig, äh... Wie gesagt, ich nehme mir jetzt jeden Tag später auf. Und ich soll das sein lassen. Na okay, ist bloß eine Kurzpause. Wie gesagt, ich konnte dann jetzt nicht mehr. Aber das ist ein anderes Ding. Äh... Das tut es, ich habe natürlich nicht die Zeit aufgeschrieben, ne? Und da ich ja endlich das irgendwie mal durchziehen wollte mit 30 Minuten maximal... Was ja immer richtig gut bei mir funktionieren tut... Äh... Hey, hat aufgehört. So, ich mache das aus. Ne, ich warte ein paar Sekunden. Ne, das ist nochmal anfangen, tut es zu regnen. Ich habe doch hier nichts mehr. Sag mal, habe ich nicht da unten grünet aufhört? Ne, die Backein grünet war die Beere. So, ich lasse dich mal kurz an. Du hübsche Teuer. Weil ich glaube, das wird auch gleich Nacht. Ich sage euch, ich suche die besten Zeiten raus. Oh, ich kann ja mal kurz hier unten gucken, ob hier parkiert ist. Oder ein Hühnchen. Und wenn nicht, ich muss ja eh ein bisschen Holz sammeln. Sag ich das nicht. Sag ich das nicht. Ey, ich bin zwei Sekunden hier weg und zack, wumms. Kradawumse. Ey, Spiel. Sag doch einfach heute nicht. Ist denn das so schwer? Ich verstehe das nicht. Denn Mäuche gibt halt ein bisschen Natur. Kann nicht wahr sein. Es darf einfach nicht wahr sein. Warum kriege ich immer hier diese Regen in Traufenfolgen? Ich weiß es nicht. Wenn ich mir andere Videos ankicke, die haben immer Sonnenschein noch und nöcher. Bei mir weint der Himmel. Ich verstehe das nicht. Was habe ich dir denn getan? Ich mache doch die Bäume noch nicht mal richtig weg. Ich lasse doch doch stehen. So ein Schiet. Ach, Mann. Ich wollte ja nicht aussehen lassen. Sag mal, wo ist denn mein Feuer? Ach, da unten. Ey, wo war ich denn jetzt? Ey, so viel Pech kannst du nicht haben. Ich sage euch. So. Hier herrin. Riss und Stub. Ich würde mal sagen, Ich mache mal Willa ein Klingkat. Haha. Und wir sehen uns, Willa, wenn Nacht vorbei ist. Und hoffentlich regeln. Oh. Weil so ist ja kacke. Also, bis gleich. So. Da bin ich, Willa. Und so wie du aussehen tut. Ja, jetzt ist die Nacht vorbei. Ich sehe da hinten. Das ist gerade vor kurzem Feuer aufgegangen. Die sind umgesogen. Ja, was mir hier am Spiel ein bisschen fehlen tut, das habe ich gerade eben schon so gesagt. Mir fehlt hier eine Uhr. Eine Uhr wäre nicht schlecht. So, ich hoffe, dass jetzt das Wetter mitspielen tut, weil das hat eben schon wieder ein bisschen gerumst gehabt. Aber es sieht klar aus. Gut. Äh. Da bringt nichts. Das haben wir ja letztes Mal gesehen. Also, wir gehen jetzt in Richtung unserer alten, äh, unserer neuen Base. Äh. Okay, nöte. Whatever. Zwischenzeitlich habe ich nämlich auch gekickt, äh, wie lange die alte Folge war. Also, von gestern. Äh, wir haben noch ein bisschen Zeit. Zehn Minuten haben wir noch. Ja, ja, ich muss irgendwie mal kicken. Wenn wir Glück haben, schauen wir heute auf diese 35 oder so. Ich weiß es nicht. Ja, Pfeile habe ich auch hergestellt. Ein, zwei Stück über eine Nacht. Also, eh, ein, zwei Hühnchen werden wir schon kriegen mit. Cool wäre gewesen, wenn wir jetzt noch ein Hühnchen kriegen würden. Wenn doch, brennt das Feuer. Aber tut das nicht mehr lange. Und ich sehe hier kein Hühnchen. Nichts zum Rupfen. Oh, kein Karnickel, nichts. Was ist denn hier los? Naja. So ist das nun mal mit dem Licht. Naja, wir wissen. Man brennt's, man brennt's nicht. Aber auch kein Luft, wa? Hier ist ja nichts. Sehr, sehr viel nichts. Und hinter dem Nichts ist noch mehr nichts. Ah, hier ist ja schon der See. Sittchen ja schnell. Traute Teilen, Glück allein. Oder so. Bis jetzt keine Wurzeln. Ich hab meine Klappe. Ich wollt grad sagen, kein Wolf, nischt. Ist doch schön. Aber ja, gut. So. Hier irgendwas geändert? Ich glaube nicht. Allzu bescheiden wie vorher. Nur ohne Eis diesmal. Und ohne Loot. Alter, was ist denn hier los? Kann doch nicht wahr sein. Aber dafür mit dem Dreierwolf. Lüft. Aber dem wirkt mir jetzt Obst. Mein Feuer ist weg. Scheißendreck. Warum müssen die denn zeitbegrenzt sein, die Kacke? Nee, nee. So nicht, Freundin. So, ich hab ja davon genug, wa? Kannst ja ruhig 2-3 verschwenden. Oh, das kann nie wahr sein. Musst ja blau üben. Oh mein Gott. Er kommt. Und jetzt geht er hoch. Willa, wo ist denn der? Da ist er. Jetzt, jetzt bist du die Geschichte, Junge. Mach ich dich weg. Hab zwar kein Feuer, aber... Welches weg? Ich brauch ja bloß ein bisschen Eukalyptus. So, hier ist ein... Ja, genau. Da ist er noch. Schappen. Ich hab ihn. Hallo. Mach's mal, Wischiwaschi. Dankeschön. So, jetzt brauch ich... Ah, da ist er eh mal, je größer haben wir schon mal. Eh mal haben wir. Und vier brauch ich. Hier ist Glück. Moment mal, ich kann doch nachladen. Ich hab ja zwischenzeitlich eh einen Zwischuss gekriegt. So wenig grünet. Watt, ich staune. Ich hab bloß eh eine Leber rausgekriegt, wa? Bei einem Dreier-Wolf? Knauserig. Ja, ja. Ist ja auch erst Winter. Die müssen sich ja erst mal was anfressen. Dieter, so ne. Kann ja nicht sein, dass du da eh einen schießen tust. Und gleich das beste Zeug kriegst. Die Filet-Stücken. Das geht nicht. So, wie gesagt. Ich brauch' er. Unbedingt jetzt. Okay, da... Da ist noch ein Hühnchen. Mit dem haben wir noch was zum Rupfen. Aber das ist auch ein Bär. Komm her. Wir müssen miteinander reden. Oh, du heilige Thun. Zeig uns die Zündlis. Oder eben Teigkräuter. Schade, dass ich die Kräuter machen muss, äh, für Feuer. Oh, Hühnchen in Kräutersoße. Kräuterbutter, wollte ich sagen. Aber Soße ist draus geworden. Naja, gut. Bestimmt nicht schlecht. Was ist mit den Bären los? Ich bin hier die Bär-Kzicke. Nicht du. Alter, Bär. Mach's dir nicht so schwer. Sei doch nur ein Bär. Ein Wasserfall. Und was macht das? Es hält Wasser. Entschuldigung. Jo, ne? Hier waren ja letztendlich mal die Banditen oben gewesen. Es dürfte unwahrscheinlich sein, dass die Wille da sind. Aber ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtig. Vorsicht, Mutter und Porzellan und Kiste. Ne? So ungefähr. Oh. Die Größe aber halt falsche Größe. Ey, das kann doch nicht sein, dass hier überhaupt nichts ist. Außer Natur. Die unberührte Natur. Hey. Ne Böre. Hey, lass mir da ran. Ich muss, was ich machen muss. So. Klar. Zack. Bums. Hab dich. So. Aber hier oben muss doch irgendwas sein. Das kann doch nicht sein, dass so viel Leere hier ist. Entschuldigung. Hier oben war man aber noch nicht, oder? Doch, hier oben ist der See, glaube ich. Oder? Da ist Mieze-Katze. Eine dicke, fatte Mieze-Katze. Ey, cool. Oh, Zündlis. In Gummin. Warte mal. Ich mach mal hier. Ne, das ist ein Bär. Ne, das ist ein falscher. Genau. Ich brühe da mal ein bisschen Holz. Böser, böser Baum. Bitte, pass auf. Ich mach hier jetzt meine Witze auf einmal stets hinter mir. Ne, hier waren wir doch schon. Oder? Ich wies das nicht. Sieht alles so anders aus. Ja, ja, ja. Na, ne. Wir müssen ja hier runtergekommen sein. Das ist eh ne mal. Irgendwie. Bin ja letztes Mal auch hier oben langgegangen. So, ich brauch die Karte hoch, du Nabel. Ne, hier waren wir noch nicht. Okay, ich dividere das. Also, ich nehme das zurück. Ich war hier noch nicht. Habe ich gerade rausgefunden. Ihr natürlich auch. Ihr seid ja mit bei. Ich mach jetzt mal mal ein Zündli. Und dann, äh, kippen wir mal kurz hier rin. Da war eine Flieger. Die musste weg. Jetzt ist ein Hase. Du durfst weiterleben. Du durfst, äh, die Eier verstecken. Ja, ja, okay. Ist ein bisschen spät, aber hey. Genieß das ja. Breitet mal schon mal vor. Kannst ja schon mal ein bisschen fleißig sein. Gibt ja ein paar Mühnchen auf der Erde. Da hast du was zu tun. Weil, den Huhn habe ich ja nicht gesehen. Weil, das wäre eine Mahlzeit gewesen. Da klopp ich doch lieber erst mal den... ...baum kaputt. Das ist meine Spüle. Wo ist denn das Hühnchen hin? Seht ihr hier irgendwas braunet sich bewegen? Ah. Hab dich. Blei ins Wasser rin. Blei saue macht. Naja, fast. So Hühnchen im Rot. Na, renn ruhig weg. Krieg dich. Hab dein Kumpel auch gekriegt. Was hast du denn gedacht? Ich verschone oder was? Oh, das hat uns einfach bloß die Kiste gezeigt. Nimm ich dankend an. So, ich würde mal sagen, geh mal schnell zurück zum Feuer... äh, zum... Genau. Zum Feuer, was ich jetzt mir mache. Das ist... Ah, da brauche ich noch eh mal Sticks. Ich würde mal kurz hier so ein Zündling machen und dann muss ich mir noch mal Sticks machen. So. Alle fertig? Wir können jetzt da zurück. Erst mal was Schöne zum Essen machen. Das ist die nächste Kiste. Und dann machen wir hier eine Kiste. Und dann machen wir hier eine Folgenfeuße hin. Eine Bandage. Am Arsch. Da ist da eine Kiste. Ich hab dich hier sehen. Aber erst mal hier den Eisen. Da ist eine Kiste gewesen. Ich weiß das doch. Aber ich glaube, das war eine Bauchkiste. Ui, 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 ui. Hä? Ihr habt dich mal nicht so. Es ist doch erst mal eine Beere. Unbedingt was anderes. Scheiß drauf. Wir werden jetzt da zurück. So schnell wie möglich. Wollte ich grad sagen. Ihr könnt mir jetzt durch den Wolf durchfräsen. Ich glaube, das wäre einfacher als durch einen Bären. Aber Moment mal. Ich bin auch hierher gekommen. Wie hat ich nicht geschafft, ohne zu sterben? Wo ist da lang? Nee, da lang. Kräuter. Für den Tee. Oh, da hinten war irgendwo die Mieze-Katze. Da ist ein Wolf. Naja, ich sag mal so. Wolf isst mir lieber als Mieze-Katze. Sag mal, ich kann doch jetzt kein Pflege frissen. Hier, die Made. Friss die Made. Ich friss die Made. Dann hab ich ein bisschen Tinte auf dem Füller. Dann kann ich mich hoch ein bisschen vielleicht rennen. Wenn die Kacke am Dampfen ist. Wird wahrscheinlich nur springen. Nee, ich geh schneller. Hab gerade getestet. Hui. Nee, Hui. Mach aus. Hui, fui oder wat? Hier ist ein Dreierwolf. Ich wollte mir gerade die Kiste schnappen. Aber so, da ist ja Urine. Nein, das ist halt ja kein Problem. Und da ist Nasen-Elch. Ihr kriegt ne Krise, aber da sind's wie Kisten. Also ja. Modition. Tja, du Nasen-Elch. Da hast du mal wieder Glück gehabt. Ich muss nämlich eher was essen, bevor ich dich meuchle. Hier ist doch keine Kiste. Hier ist bloß ein Stein. Jetzt sah aber aus wie eine Kiste. Aus dem Augenwinkel. Gut. Naja, vielleicht. Hab ich ja nochmal das Glück und finde das Vieh. So, Kuppa ist hoch da. Seh. Komm, wat soll's. Wat soll denn das? Ja, also wie ihr sagt. Es klappt gut mit meinen 30 Minuten. Äh. Ich muss ja jetzt wirklich deine Pause machen. Weil wir sind nämlich der zu... Wenn ich das jetzt von gestern, äh, mit zu zähle, sind wir nämlich schon wieder bei, äh, keine Ahnung, 40 Minuten. Naja. Wie gesagt. Ist jetzt auch nicht so wild. Hey, Baumwolle. Yay. Spitze. Übrigens, äh, was machen wir jetzt als nächstes? Ich glaube. Also, der Herd, der steht ja schon mal. Fehlt ja bloß im Material. Aber ich glaube, wir machen uns erstmal einen Helden, wa? Einen Helm? Und wenn wir den haben, dann machen wir uns die schusssichere Wässe. Und dann machen wir uns Munition und dann nehmen wir uns ein kleines Haus hoch. Irgendwie. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Äh, komm. Sag mal, hab ich das Feuer schon gemacht? Nee, hab ich nicht. Warum denn auch? Brauch ich doch ja, Arnie. Ist doch völlig überbewertet. Alter, bist du da unten hin? Das kriegen wir hin. Er stirbt ja nicht gleich. Er stirbt ja bloß intervallmäßig. Safety first. Ey, da ist ja nochmal ein bisschen Kräuter. Soviel der Zeit muss sein? Irgendwann braucht er hier. Ach, na, Siggi. Guck mal. Feuer ist da. Er verliert ja mal bloß ein bisschen Leben. Es ist halb so wild. Kein Problem. Und das ist doch ja nicht so schlimm. Da hinten ist eine Küste. Aber die werden wir heute nicht kriegen. Ja, mir ist heiß. Mir ist kalt. Die wird gleich noch heißer, Junge. Warte mal ab. Oh, warte mal ab. Junge. Äh, wenn ich meine Tasse hier... Oh, ich Idiot. Gut, wir haben jetzt eh eine Bandage weniger. Ist aber nicht so schlimm. So. Rin. Rin. Sündi. Rin. Ein Schlachting. Gut. Dit ist hier rettet. Wir werden die Nacht überstehen. Wenn die jetzt irgendwann mal kommt. Also eher die Pause. Alter, du Spüle. Ich werde jetzt einen kleinen Cut setzen. Wir sehen uns ja morgen, wenn wir weiter hier suchen. Vielleicht, wie gesagt, finden wir noch ein, zwei Baumwolle. Den ist es gut. Wenn nicht, der nicht. Aber erstmal Nasen. Vielleicht finden wir ja den wieder. Nee. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen, träumchen. Ihr kennt das Spiel. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschö. Bis zum nächsten Mal.